Hey, die Form deiner Finger bestimmt deinen Persönlichkeitstyp und deine Gesundheitsrisiken. Vorbeugung ist besser als Heilung in Bezug auf deine Gesundheit. Ein Arztbesuch ist heutzutage nämlich auch nicht wirklich billig. Glücklicherweise gibt es eine geniale Möglichkeit, potenzielle Gesundheitsrisiken zu entdecken und das völlig kostenlos. Alles, was du tun musst, ist, mit deiner Hand zu sprechen. Also mit deiner eigenen Hand und deinen zehn Fingern. Es klingt komisch, aber diese Methode ist wissenschaftlich belegt. Hand drauf! Bevor du deine Finger jetzt unter die Lupe nimmst, vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und auf die kleine Glocke zu läuten, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Nummer 7. Ringfinger vs. Zeigefinger Dr. Kelly Wesselman, eine Rheumatologin aus Georgia, sagt, man kann viel lernen, wenn man sich seine Hände ansieht. Alles klar, dann fangen wir mal mit den Grundlagen an. Vergleich die Länge deines Ringfingers mit deinem Zeigefinger. Laut einer 15-jährigen Studie, die von der Universität von Warwick und dem Institute of Cancer Research durchgeführt wurde, haben Männer, deren Zeigefinger länger ist als der Ringfinger, ein um 33% geringeres Risiko an Borstattack-Libs zu erkranken. Ein Team chinesischer Forscher fand allerdings heraus, dass Männer mit dieser Eigenschaft anfällig für eine koronare Arterienerkrankung sind. Frauen mit einem kürzeren Zeigefinger haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit für Arthrose in den Knien. Das fanden Untersuchungen der University of Nottingham heraus. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen zeigt ein kürzerer Zeigefinger eine höhere verbale und körperliche Aggression an. Aber auf der anderen Seite haben diese Menschen ein besseres Orientierungsvermögen und hervorragende athletische Fähigkeiten. Darüber hinaus fanden Forscher der University of Cambridge heraus, dass Männer mit einem kürzeren Zeigefinger in der Lage sind, gut Geld zu verdienen. Nummer 6. Fingernagel Schau dir deine Finger an. Genauer gesagt die Nägel. Wie ist die Form? Gleich die Form einer Mandel? Diese Form wird von vielen als die schönste Nagelform angesehen. Und es heißt, dass du raffiniert und sanft bist und voller Kreativität steckst. Ein kurzer Nagel bedeutet, dass du ungeduldig bist, aber schnell denken kannst. Diese Eigenschaften gelten auch für diejenigen, die lange und breite Nägel besitzen. Wenn du lange und schmale Nägel hast, bist du vielleicht etwas egoistisch und engstirnig. Du kannst aber auch sanftmütig und romantisch sein. Manchmal bist du ein bisschen hitzköpfig, wenn du kurze und breite Nägel hast. Fächerförmige Fingernägel deuten darauf hin, dass du relativ leicht nervös wirst. Du hast Glück, wenn die Form deines Nagels breit und quadratisch ist, weil es bedeutet, dass du ausgeglichen, aufrecht, ehrlich, geduldig und unkompliziert bist. Dein Nagel spiegelt auch deine Gesundheit wider. Die Mayo-Klinik berichtet von schweren Fingernagelproblemen wie Nagelgrübchen. Depressionen in den Nägeln sind ein Zeichen für eine Vielzahl von Krankheiten wie Schuppenflechte, reaktive Arthritis und kreisrunder Haarausfall. Trommelschlägerfinger, auch Kolbenfinger genannt, das sind abgerundete und vergrößerte Nägel, wird mit Lebererkrankungen, Herzerkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen und Lungenproblemen verbunden. Löffelnägel sehen aus, als wären sie ausgehöhlt worden und man kann tatsächlich einen Tropfen Wasser in ihnen halten. Dies ist ein Zeichen für Eisenmangel, Eisenspeicherkrankheit, Schilddrüsenunterfunktion und Herzerkrankungen. Terrys Nagel, auch als Milchglasnägel bezeichnet, ist ein gesundheitliches Problem, bei dem die Spitze des Nagels ein schmales rosa Band aufweist. Das ist manchmal aber nur ein Zeichen des Alterns. Es ist auch ein Symptom von Herzinsuffizienz, Nierenversagen, Lebererkrankung und Diabetes. Querfurchen sind Vertiefungen quer über dem Nagel. Das deutet darauf hin, dass eine Person Scharlach, Masern, Mumps, eine Lungenentzündung, Diabetes oder einen Zinkmangel haben kann. Die Nageltrennung, weniger bekannt als Onycholyse, ist ein ernsthaftes Gesundheitsproblem, bei dem sich der Nagel leicht vom Nagelbett löst. Der leichtlose Nagel wird undurchsichtig und hat einen gelben, weißen oder grünen Farbton. Das steht in Verbindung mit einer Schilddrüsenerkrankung, Schuppenflechte, Verletzungen oder Infektion und einer negativen Reaktion auf ein Medikament. Das gelbe Nagelsyndrom ist ein Zeichen für eine chronische Bronchitis und Schwellungen der Hände. Es gibt noch ein anderes Nagelproblem, das nicht auf der Liste der Mayo Clinic steht. Es heißt Halb- und Halbnagel. Ein Zustand, bei dem die obere Hälfte bräunlich und die untere Hälfte weiß ist. Laut einer Studie, die Dr. Wen-Ti Huang vom Zhuo-Wing Armed Forces General Hospital und Dr. Jia Chao-Wu vom National Defense Medical Center durchgeführt wurde, ist dies ein Indikator für eine chronische Nierenerkrankung. Wenn du eine dunkle Linie auf deinem Nagelbett siehst, kann es ein Zeichen für einen gefährlichen Hautkrebs namens Melanom sein, verrät die New Yorker Dermatologin Dr. Deborah Jelliman. Nummer 5. Fingerformen In dem Buch der chinesischen medizinischen Handlesekunst geht es um deine Gesundheit, die in deiner Hand liegt und es werden 5 Arten von Fingerformen erwähnt. Schau dir deine Finger genau an. Ähneln sie einem Quadrat, Kegel, Löffel oder Trommelstock? Oder sind sie dünn und lang? Die folgenden Gesundheitsrisiken werden mit diesen Formen verbunden. Quadratische Finger haben eine stumpfe Fingerspitze und können auf die Möglichkeit von Gallensteinen oder Nervenschwäche hinweisen. Kegelförmige Finger haben eine runde und lange Form mit einer spitzen Fingerspitze. Diese Art von Fingerform kann auf Erkrankungen zwischen dem unteren Hals und Zwerchfell hindeuten. Löffelförmige Finger sehen aus wie Suppenlöffel und sind ein Hinweis auf Krankheiten wie Diabetes und Durchblutungsstörungen im Herz oder im Gehirn. Trommelstöcke können ein Indikator für Lungenkrebs, Herzerkrankungen und chronische Atemwegserkrankungen sein. Dünne und lange Finger deuten darauf hin, dass die Person anfällig für Depressionen oder Magen-Darm-Erkrankungen sein könnte. Nummer 4 Daumen Lass deine Daumen nicht außer achten. Sie haben auch etwas zu deiner Persönlichkeit und Gesundheit zu sagen. Lass uns zuerst das Aussehen betrachten. Wie ist die Form deiner Daumen? Sind sie lang, kurz oder wie eine Sanduhr? Mit Talie geformt oder in einem stumpfen Winkel? Ein langer Daumen zeigt an, dass du ein natürlicher Führer sein kannst, weil du es liebst, die Kontrolle zu haben. Kurze Daumen sagen, dass du in deinem Selbstwertgefühl arbeiten solltest. Eine Sanduhr bedeutet, dass du eine warme und verständnisvolle Person bist. Ein stumpfer Winkeldaumen deutet an, dass du ruhig, meditativ und kreativ bist. Versuch jetzt, deinen Daumen zu strecken. Bleibt er steif und unflexibel oder kannst du die Spitze etwas biegen? Wenn dein Daumen unflexibel ist, hast du vielleicht Angst vor Veränderung, bist vorsichtig mit deinen Finanzen und bist schwer zu manipulieren. Ein flexibler Daumen bedeutet, dass du unkompliziert und anpassungsfähig bist, aber auch leichtgläubig. Die Wichtigkeit des Daumens ist auch in dem Buch der chinesischen medizinischen Handlesekunst betont. Es heißt, der ideale Daumen ist voll, lang und stark. Das ist ein Zeichen für eine gute Gesundheit. Eine Person mit einem kurzen Daumen kann nämlich anfällig für Kopfschmerzen, Bluthochdruck und Herzerkrankungen sein. Nummer 3. Handflächen Nein, nein. Es geht hier nicht um das Lesen der Linien auf deinen Handflächen. Schau sie dir einfach nur an. Hast du fleckige, rote Handflächen? Dieser Zustand wird als Palmarerithen bezeichnet. Das ist ein Leberhautzeichen und deutet auf eine Lebererkrankung hin. Schwitzen deine Handflächen schnell? Hm, vielleicht bist du nervös, weil dein Schwarm um die Ecke ist. Spaß beiseite. Feuchte Hände können ein Zeichen für eine Schilddrüsenerkrankung, die Wechseljahre oder eine Hyperhydrose, also das krankhafte Schwitzen sein. Da du gerade so schön auf deine Handflächen schaust, schau dir deine Fingerabdrücke an. Welches Muster siehst du? Ist es eine Spirale, ein Bogen oder eine Schlaufe? Basierend auf einer Studie der MRC Environmental Epidemiology Unit an der University of Southampton zeigt ein Fingerabdruck mit Spiral- oder Wirbelmuster einen hohen Blutdruck an. Je mehr Wirbel du hast, desto höher wird dein Blutdruck steigen. Nummer 2. Stärke des Handgriffs. Dein Handgriff ist einer der Marker für deine allgemeine Herzgesundheit. Wie kann man das messen, fragst du? Gib jemandem die Hand. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die von einer Gruppe amerikanischer und britischer Forscher durchgeführt wurde, ergab, dass ein stärkerer Händedruck, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme und Herzinsuffizienz anzeigt. Außerdem ist es ein Zeichen für ein gutes Gedächtnis und kognitive Fähigkeiten. Diese Erkenntnis basiert auf einer Biobank-Studie von 2018 aus Großbritannien. Wenn dein Handgriff schwach ist, ist das Risiko, Herzprobleme, Krebs- oder Atemwegserkrankungen zu bekommen, um 20% höher, basierend auf Untersuchungen der Universität Glasgow. Nummer 1. Es gibt drei Arten des kleinen Fingers. Typ A. Die Länge dieses Fingers reicht bis zum obersten Gelenk deines Ringfingers. Typ B. Er ist etwas länger als das oberste Gelenk deines Ringfingers. Typ C. Die Länge des kleinen Fingers ist etwas kürzer als das oberste Gelenk des Ringfingers. Lass uns nun die damit verbundenen Eigenschaften jedes Typs besprechen. Typ A. Wenn dein kleiner Finger so aussieht, bist du ein reservierter Typ. Du bist offener zu Leuten, mit denen du bereits eine Verbindung hast. Du porträtierst ein starkes, cooles, unabhängiges Bild, das sich manchmal etwas arrogant und exzentrisch erscheinen lässt. Aber du genießt auch ab und zu ein gutes Lachen. Typ B. Du magst es nicht, ein Gespräch zu beginnen. Du verliebst dich tief und gibst deine volle Aufmerksamkeit, aber du hast Angst, verletzt zu werden. Du bist eine zielorientierte Person und brichst nie unter Druck zusammen. Typ C. Du hegst keinen Geroll. Du fühlst dich unwohl mit Neuem und Unbekannten. Du respektierst die Meinung anderer, aber du kannst auch herrisch sein. Deine Probleme behältst du lieber für dich. Du willst, dass andere von dir abhängig sind und du willst ihr Vertrauen verdienen. In Bezug auf die Gesundheit haben die Typen A und B eine gesunde Milz und einen gesunden Magen. Typ C hat eine schlechtere Verdauung, Durchfall, eine schlechte Nahrungsverwertung und unregelmäßigen Stuhlgang. Selbstverständlich solltest du so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen, wenn du irgendwelche Bedenken wegen deiner geistigen oder körperlichen Gesundheit hast. Also, was hat dir der kleine Handlesekurs verraten? Sag's uns unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, wenn's dir gefallen hat und klick auf Abonnieren, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da! Bis zum nächsten Mal. – Sous-titrage trading Advisepank​ Vielen Dank.